Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play bzw. Let's Shoot Counter-Strike! Mit mir Nia aus dem ganzer Rampage-Clan. Und ich spiele nicht allein Junge, sondern ich habe einen sehr liebenswerten Gast bei mir. Hallöchen! Hallöchen! Wer bist du denn? Süßer Boy! Weiß ich doch nicht! Ich kann mich auch fragen hier. Ich bin übrigens beide richtig scheiße. Okay, dann gehe ich weh. Ja, gehe weh. Ich bin beide richtig scheiße, aber er ist besser gestuft als ich, weil er ein Suchti ist. Äh... Ich war ein bisschen bit away. Ah, 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 ah. Ja, okay, chill. Die könnten auch immer noch... Ja, okay, ja. Ah, 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 ah. Bombe über Bombe ist bei A gedroppt. Voll fett die Bombe bei A gedroppt. Juh, man. Voll fett knowledge. Warum bin ich überhaupt noch getroffen? Alter, wir haben die übelsten Suchtis in der Gruppe hier. Ich habe keinen einzigen Kick gemacht! Ich mache... Ich... Wenn ich schieße auf meine Leute! Oder ich mache einen Assist! Komm, den waschen wir jetzt, den Lutschi! Oder auch nicht! Lutscher! Kaufen? Kaufen? Nicht kaufen? 4.000 eigentlich? Kaufen! Ja, komm! Komm! Wir haben das Geld! Ja, man, kauf dir was! Ja, man, kauf dir was! Was kaufst du denn da, Wutte, ja? Musst du denn? Ach, da! Jetzt würde ich mir die Mainz kaufen! MP7, hallo? Ja, ja, ja! Ey! Der Junge hat mich angeschossen, Junge! Was ist labert Frosty da die ganze Zeit? Ich mal! Der hört mich richtig auf! Der Junge! Ja, das ist B! B? Okay, ich komme B! Ja, aber... Als A! Ja! Okay! Ja! Was jetzt? Bombe ist oben gedroppt bei Gelbling! Beim Gelbling! Lol, Alter! Wie sick unser Team ist! Voll sick uns muten! Ja, okay! Das Spiel ist schon vorbei! Okay! Ich bin, ich war steuer gerade hart! Kann sein, dass du gar nichts machst! Nein, ich stehe die ganze Zeit rum! Ich habe einen Assist! Ich sollte mal unser Team muten! Die sind echt bisschen hier! Ich habe alle! Ich habe... Ich habe überhaupt nicht an! Ich habe aus! Die sind sehr laut! Ah! B! Move! Move it, son! So! Ich komme jetzt bestimmt A! Jetzt kämpft die NCN und die... Ich habe den Blick oben auf Palast! Sehr gut! Die haben A gesmoked! Spawn in Palast, 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 Palast! Ja, okay! Palast! Palast! Schrei dich so! Ey, du wurdest genommen, oder? Ja, richtig hart! Mit einer Mac-10 hat er mich genommen, der Lutscher! Guck mal, da machen wir dem Jungen zu! Wo ist denn der Junge, Mann? Da! Der schießt gerade richtig schön mit seiner... Yo, Headshot! Geil! Oh, oh, oh! 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 Der hat der süße Boy richtig gut getroffen! Das war schlecht, Mann! Voll gut, Junge! Voll gut! Ich bin... Ich bin ein Gewinner! Ich habe einen Punkt! Oh, ich habe einen Pink von 42 und ich lag! Und ich nehme auf! Bi! Er sagt Bi! 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 Ich mag Fleisch! Bi! 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 Mein aircraft танomon! Real! lt Im parlament inte so isaut rein! ariaul! Das schießt auf mich verdammte Scheiße. Es kann doch sein, dass ich mich getroffen habe beim Wild rumballern. Du! Warum hast du ein Problem? Ich hab kein... Ich spiel schon, diese Runde wird richtig gut. Warum für dich, dass du mich nicht getroffen hast? Aua. Du triffst sowieso nichts, Junge, also von daher. Boosting this account, don't feel bad. Genau wie ein Stormtrooper. Ich schieße, treffe aber nicht. Nate! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Oh, 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 oh! Und verlasst! Verlasst auch! Boah! Ich hab einen Headshot bekommen. Ich hab ihn 32 Schaden gedrückt. Immer noch, ne! Drück mich richtig auf! Wo ist er denn? Da ist er! Da oben! Ach, Mann! Go, go! Mach zwei! Du und der AWP-Typi! Warum sollte ich mich bewegen? Die müssen ja kommen! Ha, ha, ha! Ha, ha! Außer sie gehen bei B-Plan! Warum zu... Ach so, die Bombe liegt da! Ja, ja, stimmt! Ja, ja, ja! Lass mich in Ruhe! Ich hab gerade... Schwächen! Ja! Aber... Oder, oder? Mach ich's? Nein, ist schön! Nein, ich kann! Die Bombe wurde gerade genommen! Ich bin wegsler! Putz nicht! Ha, ha! Oder? Nein! Nee, die Bombe! Da arsch mich nicht! Oh! 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 Ich hab diese Legs! Ich hab Legs! Ich hab Legs! Rechts! Ja, wo? Nice! Wo kommt der Unge? Ah, Django! Na? Du wirst dumm was da... Jo! Ich hab Legs! Ich kann nicht treffen, Mami! Wo ist die Aare? Ach, Mann! Sag dir Nigger, der 10.000 hat! Ich bin nicht einmal gestorben! Was soll die Scheiße? Ich bin zweimal gestorben und habe drei Assists! Ich töte einfach nicht! Ich töte einfach nicht! Heute ist nicht mein Tag! Heute ist nicht mein Tag! Heute ist nicht mein Tag! Wuuuuuuu! Was will der Unge davon dir? Nächmal... Schieß ihn in den Kopf! Der wirft deine M4 da hin und guckt mich so doof an! Da fliegt ne, äh, Smoke! Hier fliegen nur Flashbring und ne Smokes! Bei A! A wurde weggebombst! Lolololololol! Hab ich nen Kill gemacht? Ihr habt nen Kill gemacht! Wuiiii! Da wurde ich weggefickt! Ne, Headshot! Vor der Kamera spiel ich immer schlecht! So spiel ich immer gut! Gestern Runde hatte 23-10! Gestern 23-10! Heute so 1-3-3! Sonst bin ich gut! Kamera! Kamera ist immer auf dich fokussiert! Denk dran! Wir gucken grad nur 600 Leute zu! Kein Druck! Du bist auch der letzte! Denk dran! Du bist der letzte gegen 3 andere! Und die gucken 500 Leute zu! Gegen 2 andere! Kein Druck! Und hinten! Jawoll! Genuss! Wreck! Was ist das denn kaufen? Autos gehört rumballern! Soll ich mir ne SSG kaufen? Könnt' ich auch nicht! Was will der Unge von mir? Der wirft mir ne M4 und guckt mich an! Wer will das du die M4 nimmst? Ich weiß sie nicht nicht! Jetzt kommen die richtigen Pro-Sniper-Skits von mir her! Der Typ spricht mich um ein ganzes Wasser! Aber ich hab immer nichts zu tun! Ich weiß der halt! Oh! Wir haben einen Autosniper! Warte so kack von uns! Du bist schon tot! Nein! Ich hab 16 Hill! Ich lebe noch! Da steht ne! Ich hab einen gekillt! Boah bin ich gut! Ja ich weiß! Das war krass! Jetzt bin ich tot! Wie kam ich da! Bombe ist bei A! Bombe sind da! Die blenden gleich! Nice one! Nice one! Der Barbo ist am Start! Autos können rumballern! Die blenden! Da! Oh! Mann alter! Und da ist die Katte versorgt! Schon zwei Tore! Dann bist du nicht gestorben! Ja wohl! Ja! Du kleiner Schlinger du! Du Loser! Du hast keinen Confuser! Moment! Ha! Ne! Ne! Ha! Ha! Ne! Komm wir kriegen Joel auch, dass er hier gezerst spielt! Meinst du der wird spielen? Junge! Oh! Verdammt! Du hast dich! Ja okay! Ey! Ich hab den nicht gesehen! Ich hab voll abgedrückt! Ich hab ihn getroffen! Junge! Wie schön! Ich hab ihn... Guck ich hab so geschossen und so... Und dann war er... Hat er mich getötet! Hinter dir du Idiot! Frosty Ho! Let's you Frosty Ho! Da hab ich doch! Merk schon! Oh! Er wird gleich gesnackt! Er ist auch noch drin gesnackt! Da wird er gesnackt! Oh! Okay! Er wurde nicht gesnackt! Guck mal da lieg ich! Bei Pew Player konnte ich... Ja er wurde ja gesnackt! Guck mal da liegt meine SSG! Voll sexy war! Richtig hübsch! Boah! Gut geschossen! Da Aave! Oh Aave! Erwischt! Du sterbst! Ja bleib stehen! Aave zieht er! Ja bleib stehen! Gute Idee! Fieken Punkte! Dammit! Ich hab gleich viel Geld mehr! Junge! Da müssen wir gewinnen! Junge! Ja! Er meinte es soll safen! Ja! Wir sollten dem echt mal ein Messer in den Rücken haben! Guck! Ich hab ja alle gemuted! Interessiert mich nicht! Ja ich auch! Ich überleg's dir zu endlich! Hat! Aber warum? Autos können rumballern! Wir geben ihm ne Chance! Wir geben denen ne Chance! Wir geben denen ne Chance! Sieht aus wie ein B ne? Wir gehen alle B! Das ist ein Designbruch! Wir werden mal wieder auf den! Oh ich hab! Ich hab! Wir werden eckige Taktik machen! Und Mitte kommen! Mitte ja! Ich bleib einfach A! Und dann verschiebe ich! Mitte 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 Mitte! Und ich guck auch noch! Warum guck ich überhaupt? Ich weiß dass da eine A besteht und gucke! Boah! Beef! Guck mal bei dem ist der Mr. Marmelade zu! Mr. Marmelade! Kein Druck! Schaffst du schon! Bist der Bobby! Äh Bravo! Warte! Okay du bist doch ein Bobby! Weißt du was die wollen? Die wollen meine 490 haben! Ich weiß es doch! Die wollen meine 490 spielen! Was? Hast du? Hast du P90 Skin? Nein! Aber P90 ist eigentlich voll die Nubwaffe! Ja! Pro 90! Ja! Du rennst da rein! Du sprayst einfach alles kaputt! Okay! Komm! Wir machen jetzt Pro 90 beide! So! Okay! Soll ich überlege P90 und dann einfach durchbrennen? Ja! Okay! Ich bin hinter dir! Ich bin direkt hinter dir mit Pro 90! Wo bist du? Komm! Sollen wir B durchrennen? Ja! Bio durchrennen! Ja! Haus durchrennen! Ja! Okay! Aber ich weiß nicht ob wir schnell genug da sind! Wir werden es trotzdem versuchen! Okay! Bin direkt hinter dir! Pro 90 steigen! Go! Ja! Es wird doch... Es wird so ein richtiger Teamcooter! Ach! Quatsch! Ich weiß es jetzt schon! Guck mal da ist keiner! Noch nicht! Go! Du lagst wie ein Stück Schein! Nix! 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 Okay! Renn einfach rein! Kein Ding! Hier ist keiner! Hier ist keiner! Boah! Bin ich gut! 30! 30! No Scope! Kann es sein, dass die Aare gegangen sind? Möglicherweise! Ich habe so eine Legs! Gehen wir in den Palast! Gehen wir in den Palast! Du geh in den Palast! Ja! Guck mal da liegt eine Aare! Wurzell haben wir geplantet! Jetzt ist er auch nicht scheiße! Wir haben BB geplantet oder? WTF? Warum hast du einen HP? Warum veräschst du mich? Nice one! Wo ist einer noch einer? Ich habe keinen Kit! Ich bin ein Loser! Habe ich einen Kit? Ich habe einen Kit! Ah, ich bin noch! Soll ich dich in den Kopf schießen? Hör auf! Okay! Selbe Taktik! Selbe Taktik! Kaufe dir eine Fuse! Selbe Taktik! Selbe Taktik! Ich habe echt eine Blendgranate mit! Selbe Taktik! Wo bist du? Oh, okay! Die Grendsgranate wird jetzt voll entscheiden, Bruder! Los! 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 Wenn die Grendsgranate werden sie gewinnen! Du wirst sehen! Slowen! Ja! Blendnade! Flaschbine! Deploying Flaschbine! Größte Danke für den Teamflash! Oh! Smoke! Okay! Renn dabei! Ich habe geschossen wie so ein geiler Bobby! Ich habe glaube ich nichts getan! Porn! What are you doing? Ja! 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 Das ist Multicore Rendering! Ich habe alles aufgetreten! Ich habe keine Ahnung von PC Sachen! No hate please! Oh! Keine Angst, wenn nicht alle in den Kommentaren haten! Ja! Plus Marmelade! Warum? Weil ich einen Assist gemacht habe! Warum? Weil ich dich getroffen habe! Deswegen habe ich keinen Assist bekommen! Ja! Ich habe meine Augen genommen! Okay, beißenpaum! coldiget! Ich hab beide gekillt! Ich gehe jetzt durch den Palast rushen! Also ich will dir nicht sagen oder so! Aber, im Slugs abgekackt! Ich gehe jetzt durch your Island! Palast brushen! Wow! Was ist denn hier? Ich habe gerade den klassischen Remix. Awe gepusht! Ich hab einen gekillt, ja? Ich hab die Avarad gepusht, Junge. Warte mal. Wo ist dich? Wo bist du? Du stehst bei mir noch am Spawn. Sehr gut. Ja, uuuuh, sehr gut. Contra-Strike, Noble Offensive, keine Rückmeldung. Du willst ab. Haha, China, China. Guck mal, da stellt man mal was ein, ja? Weil man ein bisschen laggt. So, wahrscheinlich FPS-Problem. Ich sag nichts dazu, ich sag nichts dazu. Unser teammate hat sich gerade selbst geflasht, wie so noch Steger Pro. Sag bitte nichts über... Ja, du hast nicht das Recht dazu. Nicht du. Waaas? Ich hab da voll gut geflasht. Ich hab da voll gut geflasht und so. Natürlich. Du hast schön geflasht, aber das steht auf einmal ein Gegner. Und dann... Er hat sich wieder selbst geflasht. Jetzt hat er... Und ist tot. Bin ich noch am Leben? Schon tot. Bist rausgeflogen. Gestorben. Ja, ich weiß. Ich hab ja auch gerade... Warte, warte, warte. Weißt du, dass mich jetzt gerade wirklich aufregt, dass mein Kompresswerk im Fenstermodus ist? Hahaha. Das ist ja im Fenstermodus. Okay, Blindgranaten-Modus. Go, go. Ich rush jetzt durch... Egal. Okay, okay. Ich bin im Fenstermodus. Das würde mich jetzt richtig aufregen, weil ich bin... Die pingelig, aber... Hey. Okay, okay. Fähig. Ich rush jetzt wieder durch Polnast. Sie wird jetzt wieder die AWP. Du tust waaaaaas? Are you ready for a miracle? Koooooo? AAAAAAAA! Eine Nutzen. Bleib ruhig. Ach, ach, da ist es ja. Ich hab den Jeep in 42 Schaden gedrückt. Junge. Und ich bin gestorben. Junge. Bot A steht noch missboren. Ja, du bist auch schlecht. Bot A... Bin ich... Bin ich... Ja, der Bot wird jetzt weg sein. Ja, du bist weg. Ja, du bist drin. Bot ist weg. Ja, das ist doch... Das finde ich scheiße an Counter-Strike. Also... Oh, du willst... Sonst bin ich wirklich besser. Das ist kein Scherz. Aber das sind einfach die übelsten Hammels hier. Ja, guck mal. Jetzt bin ich auf den dritten Platz gerutscht hier. Mensch. Ja, ey. Ich mach 3 Sekunden weg und schon. Guck mal, ich hab 11 Punkte. Ich bin nicht das Serverletzter. Ist ja eh... T... Tempel... Hab ich gehört, so. Bocken war die schlechte AWP. das ist die runde los jetzt die runde und alles was alles was geht ist alles was geht ich habe ein kill gemacht sei stolz auf mich hat jemand voll hart die sache gewettet hat jemand ins hakenkreuz geschossen was habe ich gemacht mir ich habe ein kill gemacht warum habe ich hakenkreuz verstanden sehr fragwürdig ich bin gerade richtig verwirrt wo bist du aua hier oben hat mich gerade frosty in den rücken geschossen fast hoch der 5 hp hallo marmelade ich habe gerade eine richtig geile waffe abgesnackt ohne vorbei wir haben gewonnen letzte runde der ersten helfer weiß was das bedeutet ja hat sein das bedeutet 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 einfach ausrasten ok ok wir rennen hier durch hast du ne negev ja ich habe negev ich habe negev aber ich habe negev da ist los ich habe die brattata tatatata werden gleich von irgendwo richtig hart abgesnackt nein sie überraschend jetzt von hinten negev oder die sind die mitte ja b b b hm hörst du schon schießen jetzt von hinten Es wird so einer Prohn Teamkill Oder Mitte? Die sind Mitte Guck mal, der ist schon tot Jetzt, pass auf Mit den Legs kann ich ein bisschen schlecht spielen Pass auf Nur noch für beide Neck of Brothers Nice Nice Man muss Opfer bringen Du hast mich gekiecht Du hast mich gekiecht Du hast mich gekiecht Du hast nassist bekommen Du hast mich gekiecht Ja okay, jetzt Tee, hallo, jetzt gewinnen wir Ist doch klar Du rennst einfach mal schluss, Junge Der kommt da und du stehst da Jetzt Jetzt gewinnen wir, hallo Hast du dir nen Tag gekauft? Hör rein Ich sag gar nichts, Tag ist verdammt gut Aber ich soll irgendwie der Bombe folgen Achso, stimmt Ich sag nichts, ich loch dir einfach der Bombe Soll ich dir mal nen Trick zeigen? Soll ich dir mal nen Trick zeigen? Ja okay, ich gucke dir mal nen Trick Gewalt an die Pflanzen und keine Lösung Warum nicht? Warum nicht? Hier guck 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 Boah, bist ein schichthalter Junge So, Bombe ist gejobbt Wir werden gleich alle sterben Ich hab nen Kill gemacht Ich hab nen Headshot gemacht Boah bin ich gut Wir haben alles gestorben Leuch ich kann nicht Alter, du bist gleich tot Junge Wir wissen alle, dass du gleich tot bist Ich bin dein Zuschauer, siehst du Ich hab in 37 gedrückt, hallo? Jeder weiß, dass du gleich klar Meine Zuschauer wissen, dass ich der beste Shooter King bin What the fuck, der schießt da durch die Wand Oh oh Ich bin der Shooter King Er wird sterben Ja 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 Are you ready for a miracle? Warum hat n' der Tupanzo? Okay Eko? Eko fresh? Eko fresh? Immer noch Eko oder? Na wohl kaufen Ich hasse Eko, ich geh nie Eko Aber du kannst Eko gehen, also ich hör mir jetzt immer nen Techno ein Ist einfach so ein persönliches Ding Wie du mich anguckst Hä? 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 Okay, Bombe geht A Palast Okay, das wird sowas von schief gehen Ich bin direkt der Bombe Wenn er stirbt, kann ich mir die Bombe abschnecken Und die Leiche Leiche fledern Lolololololololol Ich werd beschossen Ich hab keiner noch n'wo, aber ich werd beschossen Und hab richtig krass gelutscht, jaman Junge, plant die verkackte Bombe, du wichser viel verdammt Über dir Läu 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 Ich will die Frau unheißig. Achso, man will sich krass hart absnacken. Weitdding, das ist keine Lösung. Doch, jetzt schon. Wow, die Maus hat alles vertagt. Ja, wow, ich bin die Mitte. Dann beginnen alle Mitte und sterben. Okay, alle Mitte und sterben. Ich habe fünf Schaden bekommen, ich werde sowas von sterben. Scheiß drauf. Ich habe eine Waffe bekommen. Ich habe die. Was geht ab? Wir gehen B, komm du Lutscher. Folg mir, ich bin die Bombe, folg mir. Er wird dir folgen und du wirst sterben. Ach Quatsch. Bin mir so sicher, dass du sterben willst. Wo war der? Da war der Balkon. Wo ist der Balkon? Plant einfach, plant einfach, frag mich nach, plant. Du stellst viele Fragen. Frag mich, Bruder. Frag mich. Ja, kämpf dich einfach dahin. Ich habe ihn gesehen und dachte mir so, hey, ist das jetzt der oder ist das jetzt nicht? Das wird das jetzt nicht. Das wird das jetzt sein. Ja, weil es nicht der mein Team-Mate sein können, dachte mir so, hey Junge, Team-Mate macht so, ne? Aber dann war das doch nicht. Ich habe geplantet, ja? Dafür gibt es Prämien. Cash und so. Money. Ja, aber der müsste gleich warten. Na! Zwar gut. OMP-Power. Go, go. Ach so. Akk. Hier, nimm meine Bombe. Eigentlich? Egal, na. Eigentlich? Eigentlich. Ich weiß nicht. OMP-Power. Let's go, E-Mage-D. Wir folgen der Bombe. Alle gehen A. Okay, ich gehe oben, Pallast. Werde gleich weggerotzt. Wenn ich tot. Und dann... Ich hoffe, du bist weggerotzt. Ich werde 100% weggerotzt. Ich immer weggerotzt. Smoke City. Kennt ihr Smoke City? Ja, man. Smokeweed-Everlake. Natürlich werde ich abgeschossen. Die sind übrigens A. Guck mal, der Bombe zu. Junge, wir haben viel nicht bekommen. Verpeilen dich. Ist ja nicht mein Tag. Gerade in der Horroraufnahme. Und jetzt hier. Das ist einfach nicht meine Aufnahme. LOL. Die Redline sieht ja voll sexy aus. Oh, der ist tot. Ich bin nicht am Rage. Ich Rage. 3-4. Okay. Was sagst du? P90 Power. Ich habe kein Geld. Ich hole den kleinen Bruder, der 100 P90 für die UMP. Okay. Wir gehen. Komm, wir rushen B. Ja, okay. Wir gehen alle mit, ne? Ja, lass sie. Aber hey, du kannst B gehen. Achso, du bist Bombe. Achso, du bist die Bombe. Und ich wurde gesmoked. Und ich wurde gesmoked. Nein, hier werde ich definitiv nicht lang gehen, da das mir einfach voll safe ist. Ich komme einfach runter. Und der erste ist schon tot. Ja, die werden da reingerotzt. Ja, von wo? Ich habe gerade 5 Schaden bekommen. Ah, cool. Aber abp go and kill dir. Ja, ja. Ich bin immer noch leicht, aber hey. Was bist du denn? Tenspon 100.000 Cosma. Gesundheit. Vielleicht noch eindeutig deine Mutter. Ohne Witz. Hast du die Bombe gemacht? Okay. Ah, Junge. Aua Er ist gestorben Ich muss nicht mal ne gute Waffe smaken Aber unten hab ich Geld Nein Pro 90 komm Ich darf für ne AK reiß Aber ohne Panzerung, oder? Nein, mit Panzerung Achso Aber ich hätte nur bisschen mehr Geld Ok, Bombe geht Hm Ich bin eigentlich voll der rich bitch aber hey Rich bitch mit 200 Dollar Palace Palace, Palace Ich glaube du stirbst Nein, ich lebe noch Jungle, 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 Jungle Hallo Bombe Leuchten alle Jungle Allesamt Jungle Ich hab bestimmt einen getroffen, oder so Vielleicht bestimmt zwei Assists Und ich bin tot Wo, von wo? Keine Ahnung, äh, Jungle Jungle, Jungle, Jungle Ich hab ein Assist bekommen, ich hab zwei Assists bekommen Mindestens Ich bin immer noch letzter Mehr an 20 Punkten Aber ich bin nicht Serverletzter Ich bin... Vorletzter Niiiice Niiiice Schnell Jawoll Easy, Parker Auf den AK Auf den AK Da hab ich wenigstens Dings drauf, ja 64 Kills Star Trek, hallo 64 Kills Du lebst Du lebst noch Natürlich 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 sagt der feine Herr Ja Parcel A Jetzt hab ich doch ein A In der Hand Du bist so derjenige der Richtig mit der A Star Trek Äh 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 Mitte, 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 Mitte Mitte, Mitte, Mitte Sehr gut Erstmal einsmoken Hier liegt ne Osiris P90 Pro 90 Mal gucken ob ich was abschnacken kann Ja ne Farmers, wow Jetzt werde ich ne Blendgranate kaufen, wenn ich die schmeiße, dann mach ich 100 Pro und Kill Du machst, ja mit der Flash machst du den Kipp, ich weiß es Ich glaub auch nicht Ist das die Flash? Ja, C4 Flash, hallo die geht instant hoch Ich kenn dich Ah, Movement Gruppel Ok, jetzt gehen wir hier lang Ok, wir gehen da nicht lang, wir sind der einzige der lang gehen Wir sollten da nicht lang gehen, wir sollten hier lang gehen Ok, dann gehen wir da lang Ok, doch, wir gehen weg Wir gehen doch hier lang Ok, dann gehen wir doch hier lang Ich mach jetzt Ich will jetzt deine Flash Flash Bam Und ich hab einen Kill gemacht Wie vorher gesagt Du meinst, du hast mir einen KS Kann ich noch was absnacken? Ich würde ganz gerne was absnacken Ich geh mal zur Bombe und geh mal absnacken Ich hab die Bombe nicht geplanten Ich plant die Ecke für B B...ٌ Ö B! O- 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 GAN 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 Ich habe einen Assist bekommen. Küche wenn du es noch nicht weißt. Ist sehr gut. Oh der feine Herr hat 12.650. Ich bin in Ritz-Bitz. Das heißt Negev-Runde. Wo musst du denn da? Okay hier fangen. Negev? Negev. 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 Lass den Gypsy mal vorgehen. Ja Alter. Ich habe gerade irgendjemanden getroffen. Machst du nicht. Ich habe dich nicht. Ich habe meinen Teamkameraden getroffen. Lüge einfach rein. Einer fehlt noch. Wenn du mir jetzt das nackst wo der ist, dann würde ich das... Oh ich habe die Bombe. Blende mal. Leute er ist unten gegangen. Boah ich konnte nicht mal die Bombe flenden. Ich wurde auf Silber gerankt. Ich habe eine Kiste bekommen. Ey du hast keine Kiste bekommen. Ja. Koma 2 kostet... ...ein Euro. Knapp. Ration Phoenix. Guck mal. Warte ich was alle für den Ring haben. Ja okay. Damit heißt es wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Das war eine kleine Runde Counter Strike GO mit mir und dem Emma Belade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Absatz. Absatz